Achso, warte mal. Kannst du was essen, was trinken? Jawohl, dann geht's wieder rein in die geile Höhle. Dann würde ich glatt nochmal so ein Fleischbrühchen. Nee, brauche ich gar nicht. Eigentlich brauche ich gar nichts essen. Ich habe ganz viel schlechtes, gammliges Fleisch. Ja, ich auch. Das war der Elch. Ja. Hätte mal vielleicht vorher braten müssen oder so. Ich schmeiße das mal alles weg. Zwei von sieben Artefaktteile. Ja, komisch. Da müssen wir uns nochmal... Action Cam, kann ich dich ja aufnehmen? Was? Ach nee, das war Video gucken. Das haben wir schon gesehen. So, du bist bereit? So, ich bin bereit. Du bist bereit, jawohl. Und nochmal rein hier. Idiote Stube. So, dann nehmen wir jetzt mal den anderen Weg. Und ich hoffe... Weil, wie gesagt, irgendwo gibt es hier die Flinte drin. Ja. Ich hoffe, da gibt es auch einen anderen Weg. Naja, es war einmal links, einmal rechts. Also, es war schon richtig. Aber ich glaube, erst in der zweiten... Doch, hier. Hier geht es doch. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Voilà. Okay. Aber im Moment, es kommt mir so vor, als waren wir hier. Ja, es kommt mir auch sehr bekannt vor. Naja, wir müssen wir sowieso wieder durch jetzt. Ja, 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 ist genau hier also. Weil, nachdem wir nur links, links, links gegangen sind, ähm... Ja, ja, hier waren wir. Ja. Haben wir natürlich das auch schon gemacht. Also, hier ist dann keine Flinte drin. Schau, hier ist das Zeichen wieder. Können wir direkt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob wir zurückkommen. Warum nicht? Nein. Hier durch, glaube ich, ne? Ach ja. Aber hier war irgendwo, die Flinte in der Höhle ist hier. Und hier gibt es auch zwei Artefakte in der Höhle. Hä? Bist du sicher? Ja. Hundertprozentig. Aber vielleicht müssen wir da erst das Goldzeug, ähm... Naja, wahrscheinlich, dass wir das erst abbauen müssen. Wo geht es denn jetzt lang? Da hinten, okay. Und wenn wir überhaupt hier wieder rauskommen. Du immer. Das ist der Olli. Na gut. Das ist so typisch. Der Pessimist echt ohne Ende. Ohne Ende. Ja, so. Okay. Dann packen wir die Lampe wieder weg. Tja, wo könnten wir jetzt hingehen? Also, erst mal wieder zu unserem kleinen weißen Golf-Wegelchen, will ich sagen. Damit wir das nicht vergessen. Ach so. Dann komm, bitte. Der müsste irgendwo da drüben stehen. Na, na, na. Na, na, na. Genau. Und dann gehen wir weiter. Ich muss schwimmen, schwimmen, schwimmen. Gehen wir weiter zum nächsten Artefaktteil. Das ist in der Nähe. Aber ich glaube, da, ich befürchte, da kann man mit unserem Golfwagen nicht hin. Schwierig. Weil da ist ein Fluss dazwischen. Oh, hier tummeln sich ganz viele Typen am Strand. Die waschen sich da. Moin. Was? Ja. Ciao. Oh. Hier bei Waschbär Family. Das ist, wieso? Das ist doch Virgie. Das ist Virgie? Hä? Was machen die da? Ist das Virgie? Nee, das ist doch. Ob ist sie? Die hat sich hier gebadet? Ja. Aha. Siehste, den Anzug kann man ihr nicht geben. Na ja. Die hat sich gewaschen. Die ist doch sauber, dass sie sich erwischt. Finde ich gut? Ja, finde ich auch gut. Ja, genau. Finde ich gut. Na ja, dann komm. Zu unserer geilen Karre. Wenn wir sie denn wiederfinden. Ey, wehe, du findest sie jetzt nicht wieder. Ich sag's dir. Bärchen weg. Na ja, das ist halt alles nicht so leicht. Muss mal gucken. Auch da vorn. Irgendwo da vorn. Oh, geh mal ein bisschen querfeldein. Da hinten steht das bei deinem Ausrufezeichen. Oh, wo ist denn das? Was denn? Igelkraftwurz. Igelkraftwurz, jawohl. Tja, das ist wirklich ganz cool. Ich ziehe noch mehr Igelkraftwurz. Hier ist so ein Typ. Melchow, Melchow. Geh lieber weg. Wir schießen scharf. An der Stelle sind die Elche ganz schön aggressiv gewesen. Ja. Furchtbar. Furchtbar aggressiv. So, da sind wir wieder. Tada. Der dreht immer noch seine Kreise hier. Kollege Schlumpfschuh. So. So. Nimm Platz. So, du weißt, wo es lang geht, ne? Äh, so ungefähr, warte mal. Erst mal hier lang. Wir fahren mal da lang, genau. Häschen, Häschen, Häschen. Häschen, ich... Oh, Mensch. Naja, ich konnte jetzt... Ich konnte nicht mehr bremsen. So, ich muss mal... Kann ich die größer machen? Irgendwo dahinter? Also hinter diesem großen Fluss da hinten. Wie kommen wir jetzt da am blödesten hin? Lauf. Ah. Ähm... Kommen wir über diese kleine Brücke da hinten? Wo wir vorhin schon mal drüber sind? Oh, wow, 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 wow. Oh. Oh, wow. Äh, ja. Sieh, ihr müsstet mal ein sprachgeführtes Navi, müsste es hier geben. Naja, man sieht ja an dem Navi schon, wo die Straße ist. Mal sicher. Was blinkert denn da blau? Was denn blau? Siehst du das nicht? Auf dem Weg hast du... Habe ich zwei blaue Punkte drauf? Das sind die Autos. Sehnen aus wie Lenkräder, oder? Ach, das sind die Autos. Also das kann ich nicht erkennen, das ist so klein. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Boah, ja. Das Ding fährt sich richtig beschissen. Also du hast dich immer besser gekonnt. Nee, da kommen wir nicht drüber. Doch, du kannst von links da hochfahren. Oh Gott, oh Gott. Boah, 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 boah. Nee, das ist... Wir sind zu dick. Ich kann nicht mehr laufen, äh, nicht mehr fahren. Gar nichts. Du geht's auch nicht, oder? Kannst du mal schubsen von hinten? Schubsen, schubsen, schubsen. Weiter, weiter. Was ist ein Schubsen? Na, da hinten G oder E oder was weiß ich, was man da drücken muss am Arsch der Welt da hinten. Wenn ich G drücke, dann, äh, setze ich mich rein. Nee, da ist ein Handsymbol hinten am Kofferraum mit einer Hand. Und da steht ein E. Nein, wenn du drin sitzt, nicht. Jetzt ist es da. Na dann. Hoppel, die Hoppel. Hopp, hopp, hopp. Ein Stückchen noch. Das wird hier nichts, oder? Oh, Operation Golf. Natürlich wird das nichts. Operation Golfwagen. Nein, das ist ja ein besonderer. Der hat ja einen Schneeschieber vorne drin. Ja, der ist wichtig. Ah, so. Würdest du auf den Straßen bleiben, weißt du? Nee, es macht keinen Sinn. Da, wo wir hin müssen, ist keine Straße. Warte mal, ich muss mal hier. Warte mal, ich muss mal ein bisschen schauen eben. Da ist der große Fluss. Das ist so beschissen, dass genau das nicht drin ist. Hört, wer bringt der uns her? Aber kann die sich nicht auch? Warte mal auf sie. Vielleicht können die sich mit ins Auto setzen. Nein, das glaube ich nicht. 할 Margie. Nou, hier ist das so. Da ist doch, wann. Das ist doch, wann? Passt du mit dem Shooting Assistant. Der wurde dann von der Fluss. Das ist doch. Da bist du mit dem Hahn. Es steckt dann von der Fluss. Ist doch, wann geht? Ich bin immer noch. Du mit deinem Fenster. Da bist du mit dem Kollegen. Was? Das ist doch, wann mit der Fluss. Pero wenn du mit dem Was? Und dann bin ich, was da? Du mit dem footage. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da sind wir ja fast an der Höhle. Irgendwo muss die hier sein. Höhle, Höhle, Höhle. Hier sieht es ganz gut aus. Ja. Terminator, was gehört dazu? Das Laufen oder das Meckern von Olli? Beides. So, schau mal, hier muss irgendwo ein Eingang sein. Hier. Ah, rein damit. Äh, Reggie? Äh. Oh Gott. Boah, ist das tief. Äh. Oh, Heiligsblech, ne? Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Kann sein, dass meine Finger jetzt ein bisschen wehtun. Aber nur ein bisschen. Oi, 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 oi. Die Höhle ist mir auch... Du bist schon wieder gerannt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Du hast mal nicht auf mich gewartet. Nö. Rennt einfach los daher. Nee, ich dachte, du warst hinter mir. Nee. Hier geht's wohl auch noch lang. Wo? So. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang, ja. Immer links, links. Ah, was tut es? Was denn? Ich weiß von nichts. Das hast du runtergefallen. Hier gibt's nichts. Hä? Sicher? Naja, siehst du. Wozu dann das hier? Tja, dass man hier halt ein bisschen verwirrt rumrennt. So. Wahrscheinlich diesen... Warte mal, hier gibt's noch Kisten. Oh, bitte. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Den Draht will ich aber trotzdem noch mitnehmen, ja. Den Bildbad hab ich denn eigentlich mittlerweile schon. 22. Ich weiß, bleib neutral. So. Gott, oh Gott. Was war denn das für ein Brummen? Das sind... Den Höhlen brummt das hier öfters mal. Gehen wir hier drüben lang, ja, oder? Oh, was ist denn das hier für ein Ding, für eine komische Höhle? Oh, hier geht's aber ganz schön nach unten, oder? Ja, also hier ist definitiv was mit Tauchen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö, ne? Hier gibt's noch eine Feldration. Eine Taucherflasche. Mhm. Dann hören wir uns mal das Zeug voll. So, noch ein Happer hinterher. Der brauchst du ja nicht mehr. So. Ja. Du bist da. Okay. Du tauchst wieder vor und ich... Ich tauch vor. Hinterher. Jawohl. Hier hängen schon wieder solche Typen rum. Also vor allem... Ich frage mich immer, wer hat die da hingehängt, weißt du? Da ist ja irgendjemand. Ei, 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 ei. Okay. Gott, hat's mich jetzt gerade gerissen, hä? Warum? Weil die Flasche auf einmal neu war. Ach so. Gott. Meine ist auch gleich leer. Dann erschrickt mich, wenn sie sich erneuert. Ich glaube, ich komme noch drumrum. So. Können wir es uns wieder aussuchen? Oder? Hier gibt's nichts. Was ist das hier? Den hat's verschleimt, den Typen. Was ist das mit dem Schleim hier? Das ist schon ein bisschen eklig. Ja. So. Da oben lang, ne? Du gehst wieder vor. Ja, ja, ja. So, einmal links oder rechts? Zuerst links. Okay. Mit vollem Bauch kannst du nicht denken. Hier haben wir was gefunden. Wir schaffen das nicht mehr mit. Irgendwas mit Strom. Ach, das ist das Ding zum Veredeln. Das ist ja auch lustig. Ach, das ist das zum Veredeln. Genau, richtig. Womit du deine Waffen Gold machen kannst und so. Ja, Gold. Ich will alles in Gold. Naja. Achso, wir können das da noch nicht abbauen, das Zeug. Richtig, richtig, richtig. Aber wir können ja mal hier gucken. Also noch nicht in Gold. So, hier werden wir noch nicht runtergehen. Wir gehen ja erstmal dahinter, ne? Was? Wir gehen hier noch nicht runter? Achso. Nee, weil da hinten ist ja auch noch was. Aber, hm. Ja, nachher geht's da wieder raus und dann, ne? Weiß Bescheid. Das ist zwar hier, ne? Oh, oh. Das ist mit Rutschen? Ja. Na los. Ach, da rutsch mal, ja? Da rutsch mal. Da rutsch mal nicht runter. Buh. Uah. Ich sehe ja hier gar nicht mehr durch. Du bist da, ja. Darunter geht's ja, ja. Darunter? Nee. Was? Ach, hier würde es auch runtergehen, tatsächlich. Ja. Ich kann auch mal hier runter. Hier wird's wieder hell. Was? Oh, scheiße. Wo sind wir denn hier? Da drängelt sich vor. I. Was ist ein I? Oh, Mann. Da hing einer. Da ist ein Lingen. Oh. Hier geht's auch nochmal links oder rechts? Ja, ich weiß schon. Ich hab's schon gesehen. Und, achso, hier geht's hoch. Oh, okay. Also, jetzt bin ich total verwirrt mittlerweile, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Aber hier... Ich komme ja gar nicht raus. Hä? Das ist nur zum Angucken, oder was? Was? Ich hab hier, ja, okay. Ja, lass es hier durchgehen. Das sieht wichtig aus. Wir wieder tauchen. Alter Schwede. Ich hab schon wieder total die Orientierung verloren. Ja, ja, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Da kannst du nur hoffen, dass du zufällig richtig läufst oder schwimmst oder tauchst oder whatever. Boah. Hier hängen ein paar Typen rum. Die sehen noch relativ neuwertig aus. Das, das da drüben ist sehr beleuchtet. Also, ich glaube, da gehen wir mal hin. Die Spitzhacke. Geilo, Milo. Ach, du Scheiße. Oh, schön. Können wir gleich hier mal testen, wie das funktioniert? Cool. Oh, shit. Achtung hinter uns. Die mögen die Spitzhacke übrigens auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Au. Sag mal. Ist schon um. Haben wir denn jetzt irgendwas gesammelt eigentlich? Ja, ja, Erz. Ja, wo ist das? Aber wo ist das? Sieben. Äh, ganz rechts neben den Getränkedosen. Ach, ganz rechts. Ich weiß aber nicht, wie viel man... Oh mei, die sind ja süß. Wie viel man davon sammeln kann. Keine Ahnung. Okay, ich habe erst mal acht. Okay. Okay, okay. Da kann man anscheinend eine Menge sammeln davon, oder? Okay. Boah. Ich trage zu viel. Okay. Wie viel hast du drin? Ich habe... 20. So, und dieses Ding hier... Kann man jetzt kombinieren. Ich glaube, mit den hier. Ach nee, mit den Artefakten. Okay. Da fehlen uns sieben Artefakte. Ah, verdammt, schade. Und dann macht man das... Dann macht man das Ding fertig. Und dann kann man das laden. Hast du Rüstung verloren eigentlich? Ja, drei Stück. Warte, dann holen wir uns gleich neu, weil ich habe auch Rüstung verloren jetzt gerade. Warte, dann muss ich neu ansetzen. Dann lege ich mal die schnell an. Ja, genau. Ja. Aber jetzt können wir alles gar nicht mehr mitnehmen hier. Oh Gott. Ja. Blöd. Naja, okay. Okay. Jawohl. Nein, drei, zwei, eins, jetzt. Auf geht's. Nicht, dass wir uns jetzt jeder eingeschnappt haben, aber ich glaube nicht. Ich geh da vor dich gerade sagen, das weiß ich natürlich nicht. Nee, passt. Drei, zwei, eins, jetzt. Sehr gut. Nee, aber die Spitzhacke war wichtig. Jetzt müssen wir halt nur noch diese bekloppten Artefakte finden und das ist echt... Boah. Naja. Schau mal, wie viel wir hier liegen lassen. Oh. Ja, ja. Das tut ja schon fast weh. So, was gibt's denn hier sonst noch so hier unten? Da werden wir auf jeden Fall gleich ein Regal für das Erz machen. Ja. Weil das wären wir aus jeder Höhle, müssen wir das mitnehmen. Warte mal, hier geht's ohne. Ja, ja, genau. Und das müssen wir dann auch wirklich immer brav, wenn wir ankommen, wieder reinlegen. Hier kennen wir schon. Okay. Damit wir das immer nehmen können, wenn wir unterwegs sind. Ui, ui, ui. Ui, das sieht aber auch gruselig aus. Ich glaub, hier wird's wieder rausgehen, oder? Klar, nach unten geht's immer raus. Ne, hier ist ein Seil. Ui. Gepi. Möse. Jungen, 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 jungen. Was für ein Höhlenkomplex schon wieder. Äh. Wahrscheinlich springen, ne? Spring mal. Na, super. Hast du Schaden gekriegt? Nö. Nö. Hier gibt's ein paar Kisten. Auch mal drauf. Wir sind so randvoll mit Kram, ehrlich. Ja, wir müssen halt jetzt auch irgendwann mal wieder nach Hause. Ja. Und das mal alles ausladen. Und wir haben jetzt auch 6 Uhr. Ja, ja. Kapkas, grüß dich. Hallo, Kapkas. Was? So. Hier kommen ja schon die Wurzeln durch. Da sind wir auch schon wieder draußen, siehst du? Ach, das ist, hä, Fleisch? Rohes Fleisch. Das ist aber frisches Fleisch. Wer hat denn das hier gesammelt? Ich weiß nicht, das macht mich jetzt, ich hab's gerade gesammelt, aber mich macht das nervös, dass es hier rum lag. Oh. Merkwürdig. Ja, dann raus. Frisches Fleisch. Aber jetzt müssen wir eigentlich nochmal in die Höhle, oder? Weil wir sind jetzt... Ähm... Oh, hier gibt's... Ach nee, wir sind da wieder... Sind wir jetzt wirklich hier wieder drin? Ja, hier sind wir reingegangen, ne? Ähm, wir haben vor ein paar Wochen neu angefangen, ja. Genau. Ja, weiß ich nicht, willst du nochmal hier rein? Ach ja, wegen dem einen anderen Ding da, ne? Nee, aber das müssen wir ja, müssen wir ja jetzt schon gehabt haben, weil... Weil? Ach nee, das ist ein anderer Eingang, oder? Ja, ja, wie gesagt... Sind wir jetzt da, wo wir reingegangen sind? Ich weiß nicht. Warte mal, ich schau mal. Ich interessiere gerade nicht. Nee, das ist ein anderer Ausgang. Dann müssen wir nochmal zurückgehen. Willst du... Wir müssen da nochmal rein. Nee, nee, heute machen wir das nicht mehr. Ach so. Ja, dann brauchen wir aber irgendeinen Punkt zum Speichern. Schau mal, hier stehen Hütten. Oh. Ach, schau an. Hallo. Aha. Hier ist ein Zettel. Eine Schredderfalle. Cool. Sehr cool. Und ein Haufen Batterien, aber die können wir alle nicht mehr nehmen, weil wir randvoll sind mit Kram. Okay. Genau, beim nächsten Mal werden wir da auf jeden Fall einen Haufen Fallen erstmal bauen. Ja. Ja. Und... Und dann müssen wir natürlich nochmal in die Höhle reingehen. Ja. Er schreit. Ein Arte... Nee, was ist das? Sulfid. Okay. Es gibt nämlich eine Stelle, wo es ein Artefakt gibt. Das ist auch in so Bretterbuden drin. Ja, so ein Haus haben wir ja bisher noch gar nicht gefunden. Nee, dann gucke ich mal, ob wir hier so ein Ding aufbauen können, so ein Lager, ne? Wieso? Na, zum Speichern. Achso, ich würde jetzt nach Hause fliegen. Ja, fliegen ist gut. Wir sind nicht hoch genug. Ja, wo wir nach Hause gehen? Wo sind wir denn zu Hause? Das ist eine ganze Ecke weg, das ist auf der anderen Seite von der Insel. Aber ich würde schon gerne rausgehen, wenn wir zu Hause sind. Achso. Was? Wir sind in der Nähe von einem super Bauplan? Was? Welchen denn? Es entscheidet sich jetzt, wenn du sagst, welcher Bauplan das ist. Ja. Aber wir müssen sowieso schlafen. Ob wir hierbleiben und übernächtigen? Ja, genau. Lass mal schlafen, ja. So. Also wir müssen definitiv nochmal in die Höhle rein, weil da ist ein Artefakt. In der wir gerade waren, weißt du? Dringendst. So. Ja, wir sind irgendwo da ganz hinten auf der anderen Seite. Ja, da sollten wir schauen, dass wir irgendwie ins Gebirge dann kommen und von da aus starten. Aber bist du sicher, dass wir von hier aus nicht... Was ist denn hier noch? Weiß nicht. Hier sind überall noch Hütten. Item planting und grind trap. Jetzt los. Winter. Ach du Heimatland. Schau mal, hier sind überall noch Hütten. Aha. Da ist aber nichts. Okay. Hier schreit aber einer. Hier schreit aber einer. Aber meinst du nicht, dass wir von hier aus schon starten könnten? Ich weiß nicht. Ah, das ist zu flach. Das ist zu tief. Ach, da unten sind noch so Kisten. Warte mal. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin hier oben. Ach so, kommst du mal mit hier runter? Jawohl. Also ein Haufen Nebelkram hier. Ja, da ist bestimmt wieder nur... Na ja, Draht. Draht und Stoff kriegen wir mit. Ja. Da gibt es nichts. Okay. Aber hier bin ich vom Regen geschützt. Vom Schnee meinst du? Vom Schnee. Ja, toll. Ja gut, was machen wir jetzt? Komm, Sack. Ja, nach Hause. Ja, dann müssen wir hoch erst mal. Nee, dann machen wir die Baupläne, machen wir beim nächsten Mal. Ich kenne die Standorte. Ja, genau. Nee, wir gehen jetzt nach Hause. Okay, dann lass uns Richtung Gebirge flitzen. Wieso kann man nicht am Strand entlang gehen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Das würde sehr, sehr lang dauern. Wie gesagt, das ist weit weg. Wir könnten fliegen, das wäre schneller. Mhm. Hm.